als sie aus dieser welt gerissen wurde habe ich das verpasst ja ihre sicherheit ich habe auch unser ziel hey ich bin's euer riva und willkommen zurück zu god of war so okay wir waren ja das letzte mal hier in dieser riesigen halle mit den mit den fliegenden komischen rittern da was auch immer und der goldene der goldene davon mit den hörnern hat unseren kleinen sohn sohn hier mitgenommen zumindest mal kurzzeitig jetzt wieder her und ich habe diese eine truhe nicht bekommen das ist richtig ärgerlich vielleicht kommen wir dann noch mal zurück weil da sind noch blaue steine also ich glaube schon dass ich dann noch mal zurück kann wir müssen sie jetzt erstmal irgendwie mit licht erfüllen dieses und die hexe hat uns ja ihren hexenkompass gegeben und der sagt hier herum ja hier könnte ich nicht um hier rein also wollen wir das mal wunderbar wunderbar ich habe gestern noch ein bisschen herum geschnüffelt aber ich habe nichts wirklich wertvolles gefunden also dann hier auch ausgemacht und ich habe noch keine ahnung wie ich zu den kollegen hier rein ich hoffe ihr habt mich gut hören können das mikrofon war meilenweit weggefallen so jetzt ist aber besser hoffe ich nicht drehe ich euch an der stelle einfach die lautstrecke höre ihr werdet jetzt gar nicht mitbekommen okay ja wir sind auf jeden fall jetzt dabei richtig rätsel zu knacken also hier geht es jetzt wahrscheinlich erst mal primär darum genug wegschneiden müsste oben die brücke wieder erscheinen rechne mit widerstand klar klar logisch überall wo wir hinwollen kriegen wir ärger ja gut das heißt wenn wir diese diese komischen steine hier zum leuchten bringen nur getäuscht dann machen wir fortschritte und jetzt haben wir den einen den einen hier jetzt hätte ich gern noch den hier irgendwie zum leuchten bekommen aber jetzt hier geht es hoch hier muss ich hoch ich hab's ich hab's ich hab's schon ahnen können hat er mich gerade gekontert das sagst du nicht noch mal freund weg gesagt und da ist noch jemand ich hätte im richtigen moment konnte wissen ah Mist das muss ich noch üben also wenn der gelbe ring um ihn rum kommt dann greift an genauso Mist wo kommt der jetzt her hey der kleine macht gerade schön schaden haben wir das gesehen oh was da schieß rein man irgendwie hab ich ihn jetzt ah irgendwie hab ich ihn eben warum blockt Kratos immer hol dir erstmal das dann oh shit okay irgendwas hat das eben bewirkt nämlich nix okay wollen wir noch mal ich hab keine ahnung so ein Junio aber zieh es mal da rein zieh es mal da rein das sieht doch gut aus oder hat das was bewirkt das bringt überhaupt nix äh jetzt hab ich wieder etwas auf seinen Betäufungsbalken hinzugefügt aber noch nicht genug Sohn mach was tu was ich hab keine ahnung was ich machen soll wie tötet man etwas aus Stein ich warte mal bis er bis er nochmal den Mut aufmacht hier ah ah okay ja das können wir gegen ihn verwenden wo ist es denn oh shit äh was ist das ah okay jetzt Moment kann ich das auf ihn werfen auch so ah okay cool guck dir schon wow das hat wirklich wow yes geil äh oh 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 nochmal das ganze nochmal nochmal äh nochmal das Ding da ah mist verdammt 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 Ah, Mist! Verdammt! Ach, ich drück die ganze Zeit schon in die falsche Rasse. Damn! Okay, sehr gut. Jetzt brauch ich den Dicken nochmal. Jetzt hab ich... ...nochmal die Chance. Oh! Jetzt aber! Jetzt ist er an! Stopp! 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 Oh, scheiße! Nein! Ich glaube, waren das jetzt wieder. Oh, ho, 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 ho! Ja, so und so haben wir das überhaupt überlebt. Was sagt er mir jetzt? Ich seh's grad. Ich hab wirklich... ...unser Gegner sind stark. Uh, aber wir haben ihn! Zersplittertes Herz von Alfheim. Ein seltener Zauber. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%. Dreimal stapelbar. Cool! Was ist das? Alte Wache, Junge! Was ist das? Okay, wir sind jetzt fast wieder hochgeheilt. Huh! Der war, der war echt hart. Aber, cool! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt stürmen. Ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst und erheblichen Schaden verursacht. Zeig mal her, das Ding! Oh! Hm, was hab ich momentan drin? So einen Stürmerangriff. Ich finde den Stürmerangriff fast besser. Lassen wir mal den Stürmerangriff drin. So. Okay. Hier hab ich was. Du frisst ihn zuerst ein! Gut! Ja, logisch! Ich denke, er muss mit. Oder? Ja! Wir haben den Weg wieder da! So, du gehst einen Weg nach oben. Hoch zur Ringtempelbrücke gehen. Äh... Okay. Kann ich hier irgendwas noch machen? Gut, dann gehen wir mal weiter! Die blaue Tür! Wir sind da! Oh! Oh! Okidoki! Sohn Sonja sagt gerade eben was von der blauen Tür. Ah! Wer schaut, der seht! Ähm... Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festen Weg zu laufen. Ich glaube fast, wir bekommen jetzt eine Menge Ärger. Gratis läuft auch schon langsam. Ich kann nicht mal schwinden. Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Einen anderen Weg in den Tempel finden. Ja, klasse! Super! Hey! Wie konnte Sindri uns überholen? Er und der Blaue sind offenbar schnell unterwegs. Ha! Wir sind drin! Ja! Wie genau konnten die uns bitte überholen? Ach! Ich hab eben gedacht, wir krabbeln mit einem Vieh auf dem Hals. So! Da war eben unser Freund... Aber... Aber, aber... Jetzt ist er nochmal weg. Oder? Kommt er doch nochmal her. Wie? Ah! Okay! Das ist gar nicht unser Gehörter-Freund hier. Die sind schon etwas schwerer, merk ich. Machen wir das mal so, meine Freunde! Hier! Bam! Bam! Uh! Weiter so! Den anderen aber gut erledigt eben hier. Und noch einer. Yes! Oh, schade! Eben hab ich gedacht, ich krieg den Finishing-Move noch hin. Schade! Echt schade! Jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir hier drei von den komischen Knoten. Von den Hoden-Knoten! Und ich muss die irgendwie aktivieren. Ah! Guck der mal hier! Und? Was öffnet sich? Was hat sich jetzt getan? Irgendwas muss ich doch geöffnet haben, oder? Ah! Hier! Die Truhe! Ich will jetzt endlich einen richtig fetten Kampf zum Boss oder so. Das wäre jetzt mega geil. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Kommt bestimmt noch früher, wie ich denke. Oder wie gewünscht. Da! Das Licht! Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Ach! Der Kerl, der meckert! Ich hab eben gedacht, das ist einer von den Fliegenen. Das ist so ein Licht-Typ. Und jetzt kommt wahrscheinlich... Oh nein! Ah! Okay! Jetzt kommt wahrscheinlich so ein fliegender Typ, wollte ich grad sagen. Jetzt ist er tot. Schön! Können wir das wieder gehen, oder? Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. So sieht's nämlich aus, Son Sonjo! Ohne Attacke! Tschüss! Hier ist immer noch so ein Knack am Ende. Richtig ekelhaft. Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Wir haben doch das Licht hier. Was will er denn da rein? Achso, ich muss drücken. Jetzt müsste doch der Tempel so langsam leuchten, oder? Folge mir. Ah, okay. Das hat... Ach. Wenn ich mir das so angucke. Okay. Kriege ich das Ding überhaupt so kaputt? Ah, guck doch mal da! Alles Gute kommt von oben! Okay. Und der nächste Knoten! Hey! Du stellst alle Wege wieder her! Ja, es wird auch mal Zeit hier! Wir wollen ja weiterkommen! Oh! 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 Wie? Zur Hölle? Soll ich hier die ganzen Knoten knacken? Bitte? In den Stock einbrechen? Äh... So? Nö! Äh! Ich würde gerade sagen, das Gesicht ist von dieser Masse da, aber... erst mal überlegen. Wir haben hier vier. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht könnten wir das Licht noch woanders. Gib mir einen Moment. gut. Okay. Das hat was bewirkt. Wir haben eine Richtung... Oder einen Teil freigelegt. Jetzt haben wir hier nochmal drei. Probieren wir das mal aus. Was? Was? Okay. 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 Ich glaube wir haben es. Ich glaube wir haben es. Und hier nochmal drei Stücke auf einmal. Drei Stücke auf einmal. Und zwar... Hier. Volle Mörder rein. Bäm! Bäm! Er ist gut. Bäm! Bäm! Genau. Wir haben es doch voll drauf oder? Jetzt wird's spooky Der Sohn-Sohn-Jugel Der redet die ganze Zeit Irgendwann kommen wir noch mächtig Mächtig in die Scheiße wegen dem Da draußen rennt irgendwo einer Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen Wie kriegen wir es dann in den Beeföst? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen Als sie aus dieser Welt gerissen wurde Oh, hab ich das verpasst? Ja, ich aber auch Wow, holy crap Oh shit Hat der mich gerade erschrocken Der blöde Penner Der Alexa Marsch Nicht schlecht Nicht schlecht Ich glaube fast, dass wir trotzdem noch mal Ärger bekommen gleich Wir rennen noch mehr von den rüben, tausend Prozent Ja, Hände waschen Ich sag's euch gleich Ich sag's euch gleich Ja, wir sind fast am Ziel Ja, wir sind fast am Ziel Aber wir müssen aufpassen Ich sag's euch, ich sag's euch eigentlich nicht schmieden Da, unser Freund Sindri und Brock Brock Sindri und Brock Wenn es fällt, sei bereit Wir müssen schnell sein Ist gut Äh War das zu laut? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll Ich hab' keine Ahnung, was ich machen soll Ich hab' die Axt Ah, okay Das hat was gebracht Eins Spreng, Junge Ja Pass auf Da war noch einer Ich hab' ich gesehen Da sind sie Bleib hinter mir Ich sitze unsere Flanke Jawohl Oh, shit Oh, shit Oh, ja Genau Weiß ich was Oh Die waren tot? Das ist gut Denn es sind Es sind echt verdammt viele Von denen Ich weiß grad nicht, wann ich gucken soll Jetzt war ein guter Punkt Wo geht er denn überhaupt hin? Oh Oh Wie viele kommen da noch? Oh, shit Du Halt Aber der Kleine macht das auch verdammt gut, Schatz Seid wir level 20 Irgendwie Haben die auch so einen wüten Top gefressen Oh, shit Ich geb dir mal meine Rage noch auf Bäm Wieder zwei weg Ach du Okay, wir nehmen die Rage Äh, hier Alter Alter, ist das geil Oh, shit Das hat nicht ganz gereicht Ähm Nimm gut, jetzt mal so Was ist denn bei der Fähigkeit? Ach, meine Axt ist gar nicht hier Jetzt Das hat doch irgendein Gemassenverdichtung Anfällt Irgendwas Oh Oh, shit Was ist denn bei dem Superantriff? Ja Ja Puh Hey So viele Was ist das jetzt? Alter War das geil Hat trotzdem mega Laune gemacht Äh Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Egal Ich mach hier jetzt auf So Sesam Sesam öffne dich Ich glaub das war der letzte Junge 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 Mega Wir haben alles Wir haben's gepackt Das Licht Es lässt den ganzen Tempel erscheinen Es ist die Quelle von allem Oh, jetzt gibt's aber Loot Hey Es Es singt Ich höre Ich höre sie Ich hab's dir doch gesagt Ist der hin? Und dann starb da geschnüffelt Oder? Oh Shit Äh Das hat weh getan Als würde meine Hand brennen Äh ihr müsst doch den äh wie heißt der Den Beef Röst da rein heben Bleib hier Aber ich will Bleib Hier Setz ihn nur im Notfall ein Er darf die Axt halten Oh mein Gott Du gibst mir deine Axt Ich lass dich meine Axt halten Hahaha Das ist ein Unterschied Sohn Sie ist kein Geschenk Trotzdem Und jetzt? Jaaaa Das waren die besten Drogen deines Lebens mein Freund Jetzt hört er auf die Stimmen Oh Oh Du musst zurück kommen Du hast mich allein gelassen Atreus Allein mit ihm Äh Okay Lauf ich jetzt Wo lauf ich jetzt hin? Ich lauf dem Ich lauf einfach mal im Licht hinterher Immer geht er fort Nie ist er hier Er will mich nicht und wird es nie tun Irgendwie komisch Irgendwie komisch Irgendwie komisch das Ganze Wo willst du hin? Bleib stehen Bitte bleib stehen Der Weg ist doch so weit weiter Das ist doch die Hütte von den beiden oder? Ich kenne ihn nicht Und er kennt mich nicht Was sind wir jetzt? Er will es gar nicht Ich bin stark Ich bin schlau Ich bin nicht das wofür er mich hält Ich bin nicht dumm Tja Atreus Geigt ihm jetzt mal seine Meinung hier Oder? Er spricht nicht mit mir Bringt mir nichts bei Er hätte es sein sollen Hörst du mich? Er Nicht du Oh The rage is near So ein kleiner Das gibt eine Backpfeife Wenn ich wieder hier rauskomme Oh Wir gehen mal hier hoch Aber Ich meine das nicht so Ich hab ihn doch lieb Ich wünschte er wäre besser zu mir Er kann es doch sein Ja 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 Jetzt wieder rausreden hier Oder was? Wenn er es versucht Dann ich auch Aber wenn nicht Bitte komm zurück Ich weiß, dass du da irgendwo bist Und wenn wir hin raus Oh Irgendwie ist es ja cool Keine Feinde Alles ist ruhig Keine Axt Ist blöd aber Gut Komm zurück Nein Nein Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun Du warst gefangen Ich hab gewartet und gewartet Aber du kamst nicht zurück Also zog ich dich raus Junge Ich war nur einen Moment Nee, warst du nicht Oh Schiffert Nein Du warst sehr, sehr Lange fort Ich wusste nicht weiter Du hast nicht verlassen Mal wieder Bin ich dir egal? Ich? Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Wie geil. Ja. Der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Kraters auf Wunderdrogen. Wie lange der wohl da drin war? Ihr werdet es nicht erfahren. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr bis hierher geschaut habt. Und dann sehe ich euch wie immer im nächsten Video.